Nach Vorwürfen, Nick Cannon teilt mit seinen Zwillingen. Kümmert sich Nick Cannon, 42, mittlerweile besser um seinen Nachwuchs? Von 2008 bis 2016 war der Komiker mit Maria Kering, 53, verheiratet. Zusammen haben die Ex-Eheleute das Zwillingspaar Monroe, 11, und Morokkan, 11. Vor wenigen Monaten machte die Sängerin ihrem Ex dann Vorwürfe. Dass er seine Kinder nicht oft genug besuchen würde. Aus diesem Grund wollte die New Yorkerin sogar das primäre Sorgerecht beantragen. Nun zeigte sich Nick jedoch gut gelaunt mit seinen Zwillingen. Auf seinem TikTok-Account teilte der 42-Jährigen nun einige Videos, in denen er gemeinsam mit Monroe und Morokkan herumalbert. So tanzt das Trio in einem der Clips beispielsweise zu einem Remix von Chris Browns, 33, Song Run It Wild herum. Papa kommt nie mit den TikToks mit und die Entstehung des Clips war sehr chaotisch. War unter dem Post zu lesen. Ein anderes Video zeigt die Elfjährige, wie sie vor der Kamera posiert und ich bin kleinlich singt. Du verhältst dich genau wie dein Vater, weil weiter in dem Video zu lesen. Bei den Fans kamen die TikToks sehr gut an. So bekam Nick zahlreiche Nachrichten. Wie groß sein Nachwuchs mittlerweile doch sei. Die Kinder sehen sehr glücklich mit ihm aus oder die beiden sind so groß geworden. Lauteten nur einige Kommentare. Viele User spielten jedoch auch auf Marias Vorwürfe an. Ein Follower schrieb beispielsweise, dass die 53-Jährige ihn wahrscheinlich zu dem Besuch gezwungen habe.